hallo ihr fantastische leute da draußen willkommen zu einer neuen folge retro panda quält sich ja und heute ist wieder ein zuschauerwunsch dran und zwar von guten retronic oder retronic ich weiß gar nicht wie man nicht ausspricht ehrlich gesagt ich weiß gar nicht ob mich das über twitter erreicht hat oder auf youtube weil wir sind ja immer bei twitter eher im austausch wir beiden dank auf jedenfalls für deinen wunsch du hast mir zwei nes spiele vorgeschlagen oder dir gewünscht und eines davon ist terminator ich weiß ich weiß es wird momentan etwas nes lastig aber irgendwie habe ich bock drauf wenn ihr auch mal wünsche habt egal ob nes super nintendo gameboy color gameboy advance oder gameboy classic einfach in die kommentare rein es sollte einfach ein schlechtes spiel sein irgendwas vielleicht was sich vielleicht eure kindheit geärgert hat oder erst letztens geärgert hat lasst mich aber auch mal euren schmerz teilen und euch zeigen ihr seid damit nicht alleine aber ich würde sagen genug davor redet terminator ja warum haben wir den terminator rausgesucht natürlich filme sind natürlich super und es kam ja letztens erst ein relativ solides spiel zu modernen zeiten raus was auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde und ich würde sagen wir schauen mal so in die anfangszeiten der terminator video spiel umsetzung ich hatte ja schon terminator 2 was auf dem gameboy getestet habe was so schlimm war ne ok wir haben zumindest schon mal die beste frisur überhaupt grafik ist das geht besser würde ich sagen aber es geht auch wesentlich schlechter da will ich jetzt nichts sagen mal gucken was wir können also wir können schießen okay nicht gerade dauerfeuer und spring gut schätze mal in das grüne geheimse darf ich nicht rein okay ihr seht ja schon an den animationen es ist nicht so dass er wie bei mario sofort hoch hüpft sondern ihr habt dann erst diese sprung animation genauso wenn ihr schießen wollt hat er erst seine knarre holt so hat natürlich vor nachteile es geht vielleicht etwas besser aus grafisch spieltechnisch ist das aber natürlich sind etwas nervig immer und deswegen machen es eigentlich die meisten spiele so dass man sich diese animation spart aber nur gut wie verwechselt jetzt irgendwie will ich immer mit mit a springen und b schießen ich weiß gar nicht warum ob das jetzt an mir liegt oder keine ahnung so mal gucken zack 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 okay dafür dass er so böse aussah war der relativ schnell weg oh das ist der terminator oder jetzt nicht so man kann sogar nach unten schießen cool nicht nicht so verankert aber so ein terminator sollte eigentlich mehr als zwei schüsse mit einer normalen maschinenpistole wird das wahrscheinlich sein aushalten oder okay wenn man springen kann man nicht schießen ist er halt nicht so agil ist das eine handgranate da oben also bisher ist das spiel jetzt so ich habe auch gerade bei game faq mal gesehen obwohl ich sehe gerade die menüleiste also mit den farm hätten sie da auch etwas besser machen können bei game faq hat es auch nur 1,75 sterne glaube ich von fünf bewertungen also ist wirklich nicht gut ja gut okay direkt nach oben konnte natürlich nicht schießen es spielt sich halt durch diese animation etwas hakelig das muss man sagen das ist das schießen ne dass das ja immer erst die knarre holen muss nervt etwas wie gesagt grafik ist nicht die beste aber habe ich jetzt schon schlechteres auf den nes gesehen ehrlich gesagt ok jetzt halten sie plötzlich mehr aus oder ist das jetzt nur so mein gefühl und die respawnen halt auch immer ne das ist immer zack 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 aber dafür keine ahnung warum sind sie schnell zu erledigen warum auch immer aha die herz muss man erst einsammeln ok das war jetzt etwas billig muss ich sagen gut die musik ist halt sehr eintönig passt aber vielleicht thematisch ist so etwas schaffe ich es hier rüber zu springen da bin ich doch gelandet habt ihr das gesehen ich versuche es mal so zu schneiden gerade dass das jetzt reingezoomt ist aber da hätte ich doch eigentlich auf der plattform landen müssen oder nicht ok also muss ich hier oben wahrscheinlich lang das ist halt nicht wirklich spannend ich weiß nicht also da bin ich hier runter gefallen komme ich da jetzt hoch natürlich nicht muss ich den ganzen weg wieder zurück laufen und dass man diese herzen per tastendruck aufsammeln muss ok ich weiß es ist eine kleinigkeit aber es ist trotzdem nervig normalerweise denkt man ok ich lauf drüber und gut ist ok diese diese skelett terminator nenne ich es einmal also die ohne hautüberzug die können anscheinend nur schlagen habt ihr das gesehen da bin ich schon wieder durchgefallen ha ok also ähm hit detection obwohl ja es ist ja nicht hit ähm wie heißt das mir fällt gerade der begriff nicht richtig an kollisionsabfrage ok genau beim springen kann man keine treppe laufen ok ist halt irgendwie sehr eintönig würde ich sagen zack 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 hm also bisher so ganz scheiße ist es noch nicht das springen ist komisch eindeutig und man braucht das springen ja eindeutig und man steckt halt automatisch schon Schaden ein habt ihr das gesehen wie hätte ich denen das ausweichen können ok so und tschö ach das weißte ist auch äh ich dachte das wär ehrlich gesagt ähm nur Hintergrund oder so ok Förderbänder also es wurden einige plattformer Klischees auf jeden Fall erfüllt ja das deshalb beim das muss ich hier hoch also für meinen geschmack ist hier der fokus zu sehr auf auf springen gelegt ehrlich gesagt was denn diese diese zwei pixel also dafür dass das so viel wert auf auf diese sprung einlagen legt in die sprung einlagen ziemlich scheiße umgesetzt und ist so großes hindernis und diese laufbänder ehrlich gesagt nicht man wie komme ich denn da hoch oder muss ich denn da oben mit anlauf doch kacke ist das also terminator spiel erwarte ich auf jeden fall mehr action und nicht hier blödes rumgespringe was man halt nicht laufen kann und schießen das ja muss ich von ganz vorne anfangen bitte nicht weil so geil war das jetzt auch nicht also spaß sieht eindeutig anders aus eindeutig wie gesagt ist es spielt sich halt einfach sperrig durch diese animation sowohl beim schießen als auch beim springen seit alles immer etwas zeitverzögert welcher nicht eigentlich sterben müssen gerade ich will mich nicht beschweren gottes willen und dass man beim springen nicht schießen kann man kann nicht beim laufen schießen dadurch wird alles so verzögert das hätte doch wesentlich action mäßiger sein müssen weil wenn der terminator drauf steht und schon so ein geiler arnold schwarzen egger mit sonnenbrille und knarre auf dem cover ist der will auch was actionreiches haben oder und nicht hier rumgepimmeln mit 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 komischen plattformen und sprung animationen vor allem es ist ja keine herausforderung es ist einfach nur nervig ich sehe es ja wenn so geile wenn die steuerung super knackig ist und alles und sowas wie moderne zeiten wie super meatboy oder irgendwie sowas wenn man da irgendwie die herausforderung liegt ok hier es ist schon schwierige springeinlagen du musst das hat einfach meistern ok aber da muss auch die steuerung ich da hätte doch jetzt gerade oben landen müssen oder nicht also die kollisionsabfrage ist sehr fragwürdig auf jeden fall ich weiß nicht also mit ein bisschen optimierung hätte man bei dem spiel auf jeden fall einiges rausholen können das ist halt so es war so ein bisschen den eindruck als ob das spiel auch eigentlich ein anderes hätte sein müssen ja wie soll ich da jetzt hoch springen und quasi einfach nur die terminator lizenz drüber geklatschen wurde sowie ja schon bei zurück in die zukunft der letztes jahr vermutet wurde oder sound ok gut deshalb kacke aber habt ihr jetzt ehrlich gesagt geile musik irgendwie erwartet doch auch nicht oder na komm mach irgendwas man wird zurückgestoßen ich glaube jungs und mädels es reicht auch also das spiel ist bei 1,75 der bewertung habe ich mir ehrlich gesagt was schlimmeres vorgestellt die steuerung hakt eigentlich und die animation sind nervig und hat diese entscheidung dass man jetzt im rennen nicht schießen kann und so weiter finde ich persönlich fragwürdig also wirklich die erste ersten terminator spiele sind wirklich nicht gut glaube ich wie gesagt wenn ihr noch weitere wünsche habt ab in die kommentare ansonsten wünsche euch noch einen wunderschönen tag egal was ihr noch vor habt macht's gut